Der Boost-Kanal. Heute mein zweitester Video zu den Panini Adrenalin XL Road 2 2018 FIFA World Cup Russia Karten. Langer Titel. Zwei Booster diesmal. Ich habe schon drei geöffnet, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Zwei Booster. Legende und alles habe ich euch in dem ersten Video vorgestellt und deshalb fangen wir auch gleich mal mit dem ersten Booster an hier. Ja. So. Teammate und zwar Mach, Kiki und wie auch immer Rooney, King, Klik und dann kommen wir hier auch schon zur ersten. Nein. Groose. Jetzt kommen wir zur Rare. Einmal. Oh nice. Morata. Goal Machine. Schaue ich mal kurz. Ja. Ja. Eher häufig. Zweites Booster. Alles Sami. Eriksen. Viola. Linetti. Lecki. Lecki. Dann kommen wir hier zur Rare. Und das ist einmal Heraira Fans Favorit. Okay. 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 Einfach kein Glück. Zumindest noch nicht. Aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn der Pull diesmal nicht besonders gut war. Ja. Werden weitere Videos kommen. Muss schauen, ob ich mal einen Plister finde und so weiter. Und ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schaltet wieder ein beim nächsten Video. Euer Bußkanal.